Hi Leute, wie ihr aus meinem Vorrangang-Video wisst, habe ich meinen Instagram-Account gelöscht und damit ihr dennoch die Möglichkeit habt, wenn ihr Fotos oder Videos mit mir zusammen macht und ich möchte, dass ihr mir diese schickt, dann könnt ihr sie mir auf Freenet schicken. Ich bin auch auf Freenet vertreten, da könnt ihr mir die Fotos oder Videos, je nachdem was wir machen, dann auf Freenet einfach schicken. Und meine Freenet-Adresse, die sage ich euch dann einfach, damit ihr die Fotos oder Videos mit mir zusammen gemacht haben, dann her schicken könnt. Und meine E-Mailet-Adresse sage ich euch entweder vor dem Video oder vor dem Foto oder danach, je nachdem. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß mit den Dingen, die ihr gerne macht. Und ich habe euch lieb. Ciao. Pasch.